Man sagt, es sei ruhig an den Märkten. Das gilt aber nicht für die Stimmung. Was sich verändert hat, das erfahren Sie gleich. Hallo Herr Goldberg, relativ unüblich ist in der heutigen Befragung der hohe Anteil der Investoren an der Seitenlinie. Wie erklären Sie sich das denn? Nun gut, in der Tat. Man kann ja sagen, der DAX hat sich nicht großartig bewegt seit unserer vergangenen Stimmungserhebung. Das waren gerade mal so 1,6, 1,7 Prozent. Und da hat sich vielleicht der ein oder andere institutionelle Anleger gedacht, naja, da gehe ich mal an die Seitenlinie. Tatsächlich haben wir 42 Prozent aller Befragten, die also davon ausgehen, dass es mit dem DAX weiter seitwärts geht. Aber unser Börse Frankfurt Sentiment Index, der ist gleichzeitig nach unten gegangen. Aber nicht etwa, weil wir mehr Pessimisten bekommen hätten, sondern weniger Optimisten. Der Stand der Optimisten ist auf dem niedrigen Stand seit einem Jahr mit 20 Prozent aller Befragten. Und das führt zu einem Börse Frankfurt Sentiment Index, der Blick auf die Grafik zeigt hat. Der geht deutlich nach unten mit 11 Punkten auf einen neuen Stand von minus 18. Bei den Privatanlegern konnten die negativen minus 16 Prozent aus der letzten Woche deutlich hinter sich gelassen werden. Woher kam denn Ihrer Meinung nach der Stimmungsumschwung bei dieser Anlegergruppe? Nun, man kann natürlich sagen, dass vielleicht einige dieser Anleger, die ja in der Vorwoche doch sehr negativ gestimmt waren, dass die die günstigeren Kurse genutzt haben beim DAX. Das ist ja nicht viel gewesen, was es da zu gewinnen gab, aber vielleicht genügend, um die Position zu drehen, um an die Seitenlinie zu gehen. Auf jeden Fall ist der Börse Frankfurt Sentiment Index, der Privatanleger, deutlich gestiegen. Also von einem Stand von minus 16 auf minus 2, das ist also eine Veränderung von 14 Punkten. Der DAX hat in den letzten Wochen eigentlich konsequent Boden wieder gut gemacht. Wie groß ist denn die Chance, dass trotz der Sommerflaute es weiter relativ stetig bergauf geht? Also richtig nach oben geht es ja nicht. Wir haben in den USA beim S&P 500 seit unserer vergangenen Befragung immerhin ein neues Allzeithoch gesehen. Aber bei uns geht es nicht so richtig von der Stelle. Und dieser starke Stimmungsunterschied zwischen den institutionellen Investoren und den privaten, der mag vielleicht auch darin begründet sein, dass man hier doch auf der institutionellen Seite einige Stimmungsveränderungen bei den Notenbankern aus den USA vernimmt. Und da kommt dann doch der ein oder andere Notenbanker, der vormals eher so taubenhaft eingestellt ist, der spricht plötzlich von Tapering. Ich denke da an Christoph Waller zum Beispiel. Das sind alles Beweggründe, die es geben mag. Aber dieses Vertrauen auf die sommerliche Ruhe und gleichzeitig die Veränderungen von institutionellen zu privaten Anlegern, Entschuldigung, das zeigt natürlich, dass man hier auf der einen Seite davon sprechen kann, dass es vielleicht ruhig bleiben wird. Ich halte das für einen Trugschluss. Vor allen Dingen, wenn wir so hohe Seitwerte, so hohe neutral gestimmte Akteure haben, einen so hohen Wert, wie wir ihn eigentlich seit 2002 nicht mehr gesehen haben, also seit Beginn der Aufzeichnung, dann spricht das dafür, dass es meistens nicht ruhig bleiben wird, sondern dass dann Bewegung reinkommt. Was heißt das für einen DAX? Der DAX sieht natürlich unterm Strich etwas besser aus, stimmungstechnisch, wenn es hier runtergehen sollte in Richtung 15.000, vielleicht auch kurz darunter. Dann werden wir hier natürlich einen großen Pool zur Verfügung stehen haben von Marktteilnehmern, die einsteigen könnten. Und an der anderen Seite haben wir natürlich die Oberseite, wo die alten Allzeithochs die markante Stufe sind, die markante Stufe nach oben darstellen. Da wird es dann eventuell aus dem neutralen Lager natürlich auch wieder Abgaben geben, also kurz oberhalb der Allzeithochs von 15.810. Also unterm Strich eine etwas bessere Performance für den DAX. Und vor allen Dingen die Ruhe, die muss nicht bleiben. Das kann sich ganz, ganz schnell verändern. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Goldberg. Und bis nächste Woche. Vielen Dank für's Zuschauen!